So, liebe Freunde, da bin ich wieder. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, was machen die beiden. Gut, die scheint ja aber nicht wirklich jetzt für mich zu interessieren. Nö, okay, alles klar. Ich bin auf links und links drin, das Kreuz bin ich, falls ihr das noch nicht begriffen habt. Das glaube ich aber nicht, oder? Aha, das haben sie gut gemacht. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht in welcher Art. Mann, ich hasse es, durch diese Türen durchzugehen. Was ich jetzt hier überhaupt machen muss. Da kann ich bestimmt runter gehen. Möchte ich aber irgendwie auch noch nicht. Ich verfolge mal den beiden Hübschen. Gehe jetzt mal da vorne noch ins... Okay, dann ist es mir eben halt völlig wurscht. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Können die rennen? Okay. Okay. Ah! Der hat mich doch noch gesehen. Wieso sagt mir das Spiel, dass er mich nicht mehr gesehen hat? Oh, da bist du aber schnell. Hübsche Frau. Was soll ich denn hier? Ist doch gar nichts. Der hat einen Stuck da irgendwie voll rum. Ich gehe jetzt hier runter. Und denn? Okay Diese Geräusche sind doch immer das Zeichen Dafür, dass er mich nicht mehr sieht Tatsächlich Oh Gott, sind die dämlich, ey Der ist nur zu dem letzten Punkt, wo ich gegangen bin Er ist nochmal hingegangen Ihr geht durch die Mauer hinten durch, weil hier ist irgendwie anscheinend gar nichts Ich hoffe denn Mann, es juckt Wieso haben sie mich überhaupt gesehen Keine Ahnung Warum ist hier überhaupt doch gar nichts Da ist noch eine Tür Die habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen Also Will ich jetzt nicht irgendwie ausprobieren Weil ich eh hier durchkomme Oh, bitte Mann Kommt, einer hat mich gesehen Keine Ahnung wer Völlig egal Das sind wahrscheinlich die Hübschen da links, die haben mich wahrscheinlich gesehen Kann ich die Tür auch öffnen? Ups Lasst mich raten, ich brauche was zum Zug kaputt machen Ja, das war wirklich klar War hier noch was? Ne, wirklich nicht, oder? Ich würde gerne wieder ein Haus haben Oh doch, hier war einer Ich habe einen gesehen, der am Gewächshaus gelaufen ist Wird jetzt nicht sagen, dass es im Gewächshaus Okay Oh, hier sind mehrere Gewächs Ich hoffe wirklich immer noch Ich spiele das immer noch gerade mit In einer Runde durch Also weiter Das ist noch an einem Tag hier Ich hoffe, dass es echt nicht zu dunkel ist Ich kann selbst kaum was sehen Also kann ich mir gut vorstellen, wie es bei euch ist Aber ich kann halt nicht die ganze Zeit die Taschenlampe auch nutzen Weil mich denn sonst die Hübschen hier sehen würden Was haben wir denn da? Ja, schön Ist das irgendwas Besonderes? Dann nimm es dir Halt nicht Was ist das? Ein Fleischmesser? Wozu brauche ich das? Da weiß ich Das weiß ich jetzt noch nicht Ich scheine es ganz schön viele Zombies zu geben, oder? So, das sind die beiden Die sind im Pool Hängen die jetzt so fest Was ist das? Aha Da ist irgendwas, was man machen könnte Ah Es ist nur ein Zombie Und der Stuck Ich will zwischen die beiden rum Na gut, okay Und die Stuck In der Mitte rum Finde ich gut Finde ich das gut Okay Bin recht zufrieden Mit der Situation Wie sie gerade verläuft Ich muss nur ein bisschen Auf den einen Ach Genau den da Aber ich muss hier einfach rüber Ja, toll Ich muss da genau hin Ich muss da genau hin Wo er hingeht Ich schaffe es Ich schaffe es Ich schaffe es Ich schaffe es Es scheint so Ich weiß da es Und was Da gehe ich auch gleich hin Was ist hier Was leuchtet hier Überdimensional Groß auf Ermittelbar Toll Die hätte er ja auch nicht Irgendwo anders noch herbekommen können Oder? Nein Ich sehe noch was Keine Ahnung Was hier Wozu ich die ganzen Sachen brauche Das ist jetzt alles noch nischt Was ich benötige eigentlich So hier geht es wieder raus Wo führt mich das hier hin Es ist schon Allein Nur schon so Kacke dunkel Wegen den Achso Ich hätte auch Anders lang gehen können Wegen den scheiß Schneesturm Siehst du mich? Er guckt auf jeden Fall auf mich Nö Konnte ich jetzt aber auch Da durchgehen vielleicht Das weiß ich natürlich wieder nicht Verdammt Mann Geh doch mal Das sah sich ein bisschen an die Steuerung Okay Ich gehe nochmal hin Ich will das austesten Ich weiß jetzt nicht Wozu ich ganz ehrlich Diese ganzen Items Überbrauch Man sieht ja auch leider hier nichts Keine Ahnung wo die sind Den hier brauche ich noch Verdammt Genau den hier Kann ich da lang dazwischen? Nee eigentlich nicht Guck mal da oben Aha Da oben rennt auch einer lang Doch könnte sein Dass ich da durchkomme Da oben ist einer lang gerannt Alles klar So Kumpel Wir gehen jetzt hier einfach den Weg lang Den ich leicht aufgemacht habe Einfach nur Das glaube ich aber irgendwie nicht Nee natürlich nicht Was haben wir das jetzt Achso Vielleicht hätte ich das Messer auch mal Für dieses komische Stück Fleisch Oder was da auf dem Dings lag Genutzt Oder? Probier ich jetzt mal Ich höre es ja Wenn einer mir hinterher rennt Kommt ja mal diese tolle Musik Wo ist er denn jetzt? Na noch einmal Er rennt gerade zum Engel Also Zu mir Oh verdammt Okay Ich gehe nochmal hin Vielleicht ist auch die Stange zu irgendwas nütze Weil hier war ja noch irgendwas Das Haus hat mir bisher am besten gefallen Muss ich ganz klar sagen Das war am übersichtlichsten Wow Ja toll Das hätte ich ja vorher eine Reihe machen können Ganz ehrlich Dass mich der hübsche gleich wieder sieht Also ich bin hier auf Hä? Das hat für mich jetzt gerade gar nichts gebracht Also ich komme jetzt mit der Stange Höchst und so weiter Okay Tatsächlich Aber das Beil hat mir jetzt doch irgendwie nur stirbt Oder? Oh Die Monster sind alle weg Toll Aber ganz kurz Ganz kurz Ach sorry Ach man ey So So warm hier Pappt man irgendwie mal in diesen Lederstühlen an Das ist ein bisschen eklig Oh Was war mit ihm? Habe ich gar nicht gesehen Achso ich kann auch sneaky durchgehen Nein Ist ja egal Ich muss ja bloß hier warten Frozen stuck Okay Kannst einfach wieder weg machen Was keine Angst haben Hier ist keiner mehr Mach einfach wieder weg Ist kein Problem Ach leg mich doch Nochmal So Ach gut okay Ich muss okay zurückgehen Ach verdammt Leck mich doch So Ich muss nüßen Oh Gott Sorry Freunde Mann Wie soll ich denn hier durchkommen Ohne dass die Viecher mich sehen Nicht sehen Was könnte funktionieren Ja Hat funktioniert Ich hätte vielleicht auch einfach nicht nur kriechen brauchen Sondern einfach nur ganz normal laufen Oh nein Wie ich sowas sehe Wird mir schlecht Kein Rätsel Aber ich muss schon wieder niesen Oh Gott Aua Sorry Tut mir leid Ach nicht ein Rätsel In so einer Art Bitte nicht Ach nö Bitte lassen wir das Rätsel genauso wie das andere So einfach lösen können Dass es einfach nur irgendwo an der Wand steht Sonst komm ich hier nicht weiter wahrscheinlich Okay Es hat mir also Nothing gebracht hier oder was Was hält denn der Blödsinn Okay hier sind doch wieder die Geist Äh die Die Guids Möhm da hinten Wahnsinnig War hier nicht irgendwie was anders Mann Wieso müssen die mich hier nur noch sehen Was Was zum Oh das war knapp Freunde Das war wirklich richtig knapp Wenn du mir jetzt mal von vorne kommst Dann schreie ich Das ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal Was Sind das gerade ein bisschen mehr als nur Zwei Sind das drei Okay den Inhalt ist schon abgehängt Hier muss ich nicht lang Du bist mir ziemlich egal weißt du Du kannst nur einen hinterherren Ich weiß nur nicht gerade Was mir das hier gebracht hat Da lang zu gehen Bis jetzt Bisher hat es mir doch eine Stille gebracht Oder Ich warte auf die Geräusche Nein Schall hat er mich auch schon so Einfach wieder vergessen Okay Oh Warte Tasse Entschlüssel haben wir nicht gefunden Und hierfür haben wir da auch nichts davon Was zum Teufel Ich muss gucken Keine Ahnung Ah verdammt Ah verdammt Die rennen wir immer noch hinterher Okay Jetzt habe ich es abgehängt Also irgendwas muss ich hier nur noch übersehen Weiß ich nicht Was ich da Keine Ahnung Ganz ehrlich Weiß ich nicht Was hat das mit der Opferung überhaupt gebracht Ach leck mich Geh jetzt hier weiter Oder muss ich doch da lang Ich meine Was soll ich denn da machen Ich gucke mal Ich gehe nochmal zurück So Ja das ist auch zu Keine Ahnung Ich gucke nochmal Keine Ahnung Hab ich das schon mal gesagt Schon mal keine Ahnung gesagt Ich Ich Hallo Es sagt mir aber auch gar nichts hier Achso Ich glaube Ich muss doch mal gucken Aber was Und Was habe ich jetzt davon Andere Farbe Hä Im Wasser noch 8 Na 9 Äh Ich Was 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 zum Teufel Null 8 4 Keine Ahnung Sorry Das Rätsel ist mir wirklich Absolut Zu hoch Also definitiv Sorry Also Hä Hä Es gibt gar keine 4 Es gibt nur 5 9 Und 8 So Okay Vielleicht Ahne ich es jetzt Dann Mann Nun Ne Alter Ne 5 Ne blaue 5 War ich sowas Jetzt Jetzt wüsste ich echt nicht Was es hier sich handelt Und 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 nu Ja Und nu Scheiße Ey Keine Ahnung Achso Vielleicht muss ich die Zahlen drücken Die Keine Ahnung Gucken 5 Oh Ich würde es noch Ganz kurz Ne 9 Ne Doch gab es Okay Ist aber ein blödes Rätsel Wenn das jetzt wirklich so klappen sollte Hier gab es nicht Nein Keine Ahnung Hallo Na 8 Gab es auch nicht Doch Keine gelbe 8 5 9 Und 8 Ah Das gab es aber Jetzt aber Oder Ja Gott Also ganz ehrlich Das ist ein Rätsel Da muss man erstmal drauf kommen Oh Gott Okay Freunde Ja natürlich habt ihr das alle schon lange gewusst Und ich bin nur Gerade Nicht drauf gekommen Alles klar Wir sehen uns aber in der nächsten Folge Und wir werden es sehen In der nächsten Folge Was es da oben gibt Ciao Tschüss Tschüss Jar Tschüss 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 吉 T Tschüss